Hallo liebe Basket-Fans, heute am Samstag ist es soweit. Um 19.30 Uhr unser nächstes Heimspiel gegen die Mannschaft aus Irnbüren. Trotz des letzten Tabellenplatzes sind sie nicht zu unterschätzen. Lasst uns zusammen den nächsten Sieg in Folge feiern. Aber dafür brauchen wir euch. Kommt alle in die Halle und unterstützt uns.